eine Rolle spielen unter schutzkritischer Infrastrukturen. Und das Brisante ist, dass der Verteidigungsminister die künftigen Ausgaben auch für diese Bereiche an dieses 2-Prozent-Ziel anrechnen will. Das hätte dann in der Konsequenz, würde das bedeuten, dass die Bundeswehr noch weniger Geld zur Verfügung steht. Und deswegen hat ja auch der Verteidigungsminister bereits durchblicken lassen, dass er es sich verwünschenswert hält, dass dieses 3-Prozent-Ziel erreicht wird. Und da müssen wir uns noch mal daran erinnern, zu Hochzeiten der Entspannungspolitik von Willy Brandt haben wir mehr als 4% gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt ausgegeben. Und auch wenn wir uns von den Zahlen mal ein bisschen lösen, während wir weiter auf die Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg warten. Wie wehrfähig ist die NATO? Allein Finnland hat ja zum Beispiel eine 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland, an der Putin jetzt auch weitere Soldaten und Waffen stationieren will. Ja, das hat er angekündigt. Man muss das aber auch nicht alles besonders ernst nehmen. Denn die russischen Streitkräfte auch an den Grenzen der baltischen Staaten und gegenüber der finnischen Grenze sind jetzt im Zuge dieses Ukraine-Krieges auch ausgedünnt worden. Russland hat ja selbst massive Mobilisierungsprobleme mit eigenen Soldaten. Die westlichen Schätzungen gehen ja hoch bis auf mehr als 350.000 Soldaten sind entweder verwundet oder getötet worden. Das ist fast die gesamte Streitmacht, die ursprünglich mal bei der Invasion zur Verfügung stand. Eine größere landesweite Mobilisierung auf russischer Seite hat der Kreml bisher nicht gewagt zu initiieren. Und das hat dazu geführt, dass eben auch die Truppen an der Grenze zu den baltischen Staaten Finnland, aber auch in Asien gegenüber China ausgedünnt worden sind. Auch das Material ist so nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen, glaube ich, ist das mehr Rhetorik, als dass ein, sagen wir, strategischer Aufwuchs hier an diesen Grenzen derzeit und absehbar stattfinden kann. Von der Rhetorik wieder zurück zu den Zahlen, die wir gleich präsentiert bekommen werden. Von Jens Deutenberg, dem Generalsekretär der NATO. Wenn wir vorausschauen, Herr Umbach, würden Sie sagen, dass Staaten wie Frankreich oder auch die USA einen angemessenen Beitrag zahlen für die NATO, für die Verteidigungsfähigkeit? Die USA ganz, ganz sicher. Ob das noch unter Trump dann so sein wird, das ist ja dann die große Frage. Aber derzeit ja. Bei Frankreich sieht es in der Tat etwas anders aus. Da haben wir ja auch diese kontroversen Diskussionen. Und da hat der Bundeskanzler durchaus einen Punkt. Denn gemessen die Militärhilfe, selbst wenn man die französischen Zahlen nimmt, machen nur einen Bruchteil dessen aus, was Deutschland bereitstellt. Andererseits, das sagen die französischen Politiker und auch Militärs, liefert eben Frankreich sehr hochwertiges Material, einschließlich eben der Marschflugkörper, die ganz entscheidend für die Kriegführung der Ukraine sind. Etwas, wozu beispielsweise ja Deutschland mit der Taurus-Geschichte nach wie vor eben nicht bereit ist. Aber der französische Präsident hat ja jetzt angekündigt, dass auch die Waffenlieferungen auch von französischer Seite Richtung Ukraine doch stark erhöht werden sollen. Und deswegen gehe ich davon mal aus, dass perspektivisch auch Frankreich mehr liefern wird. Aber auch der deutsche Beitrag ist ja etwas unproblematisch. Wir liefern zwar voluminar das meiste Gerät, aber gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt, an der Wirtschaftskraft Deutschland, liegen wir nur ungefähr an zehnter Stelle. Und das relativiert dann wiederum das, was wir der Ukraine auch militärisch bereitstellen. Donald Trump hatten Sie gerade schon kurz angesprochen. Herr Umbach, der ehemalige, vielleicht auch künftige US-Präsident hat in Richtung der NATO gesagt, er wolle seine Verbündeten nicht unterstützen. Er würde ihnen nicht helfen, wenn sie eben finanziell zu wenig beitragen würden, was die Verteidigungsausgaben angeht. Glauben Sie, dass er das wirklich so umsetzen kann, wenn er es will? Oder muss sich auch ein Donald Trump an gewisse Vorschriften, an Bündnisverpflichtungen orientieren? Ja, auch er muss sich letztendlich daran orientieren. Aber wir haben ja in seiner ersten Präsidentschaft gesehen, dass er nicht wie Biden sich von traditionellen, von der traditionellen sicherheitspolitischen Interessen der USA leiten lässt. Auch er war eigentlich darauf fokussiert, die amerikanische Verteidigungspolitik vor allem in Asien gegenüber China zu positionieren. Und hinzu kommt noch ein anderer Punkt, der mir immer in den Gesprächen auch begegnet mit amerikanischen Kollegen. Denn früher war es so, dass die amerikanische Bürokratie, aber auch die NATO-Bürokratie, häufig auch an dem Weißen Haus und an Trump vorbei agiert haben. Aber ich muss Sie leider unterbrechen an dieser Stelle. Jens Deutenberg, der NATO-Generalsekretär, ist jetzt in Brüssel vor die Mikrofone getreten. Es geht jetzt um die Vorstellung des NATO-Jahresberichts 2023. Dieser Bericht fasst unsere wichtigsten Errungenschaften des letzten Jahres zusammen und davon gab es viele. Wir haben unsere Verteidigungsbereitschaft gestärkt. Wir haben sehr robuste Militärpläne, mehr Streitkräfte in hoher Einsatzbereitschaft und ein erheblicher Anstieg in den Verteidigungsinvestitionen. Die Welt ist gefährlicher geworden, aber die NATO ist stärker geworden. Heute kann ich ankündigen, welche Ergebnisse unsere letzte Umfrage ergeben hat bei allen Verbündeten. Die öffentliche Unterstützung für die NATO ist extrem stark auf beiden Seiten des Atlantik. Würde jetzt abgestimmt, dann wäre eine überwältigende Mehrheit der Bürger in allen Bündnisteilnehmerländern für die NATO und würde da zum Beispiel in den Vereinigten Staaten haben sich nur 13 Prozent gegen die NATO ausgesprochen. Über 80 Prozent unserer Bürger glauben, dass Nordamerika und Europa weiterhin zusammenarbeiten müssen im Interesse unserer gemeinsamen Sicherheit. Im gesamten Bündnis bleibt die Unterstützung für die NATO felsenfest. Die NATO-Bürger drücken auch weiter starke Solidarität mit den betapferen Ukrainern aus. Im gesamten Bündnis sind zwei Drittel der Menschen dafür, dass ihr Land die Ukraine weiter unterstützt. Dies ist wichtig, denn die NATO-Verbündeten stellen 99 Prozent aller militärischen Hilfe zur Verfügung und 2023 haben wir beispiellose Unterstützung geleistet, auf beispielloser Ebene mit inklusive bekanzerte Fahrzeuge, Panzer, Munition, Luftverteidigung, Helikopter, Drohnen und Radarsysteme. Zum ersten Mal haben einige Verbündete auch weitreichende Waffensysteme geschickt. Die Sculpt-Mister-Raketen aus Frankreich und Storm Shadow aus Großbritannien und F-16-Flugzeuge wurden zur Verfügung gestellt. Die Verbündeten haben Bündnisse gebildet, um entscheidende Fähigkeiten wie Luftverteidigung, Artillerie und Drohnentechnologie zur Verfügung zu stellen und es gibt zahlreiche bilaterale Sicherheitsvereinbarungen mit der Ukraine. Beispiellose Unterstützung durch die NATO-Verbündeten hat der Ukraine geholfen, als souveräne, unabhängige Nation zu überleben. Aber die Ukraine braucht mehr Unterstützung und sie brauchen diese Unterstützung jetzt. Die Ukrainer, den Ukrainern mangelt es nicht an Mut, ihnen mangelt es an Munition. Gemeinsam haben wir die Fähigkeit, der Ukraine zu liefern, was sie braucht. Jetzt müssen wir dem politischen Willen zeigen, das auch zu tun. Alle Verbündeten müssen tief in ihre Taschen greifen und schnell liefern. Jede Verzögerung hat schwerere Konsequenzen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Dies ist ein kritischer Moment und es wäre ein großer historischer Fehler, Putin zu erlauben, den Sieg davon zu tragen. Wir dürfen nicht zulassen, dass autoritäre Führer ihren Willen bekommen, wenn sie einfach nur Gewalt einsetzen. Das wäre gefährlich für uns alle. Putin hat den Krieg losgetreten und wollte damit versuchen, die NATO-Tür zuzuschlagen. Dabei ist er gescheitert. Finnland ist der NATO beigetreten und letzte Woche wurde Schweden das 32. Mitglied und die Ukraine ist näher an die NATO herangerückt, denn je zuvor. Die NATO ist jetzt also größer und stärker. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Verteidigungsfähigkeit auf eine noch solidere finanzielle Grundlage gestellt. 2023 war das neunte Jahr in Folge mit wachsenden Verteidigungsausgaben in ganz Europa und Kanada. Mit Verteidigungsausgaben, die um beispiellose 11 Prozent gestiegen sind. 2024 werden 470 Milliarden US-Dollar in Europa für die Verteidigung investiert werden. Das bedeutet 2 Prozent des gesamten Burto-Inlandsproduktes auf Europa gerechnet, und zwar zum ersten Mal. 18 Mitglieder im Unterschied zuerst 3 in 2014 werden in diesem Jahr das 2-Prozent-Ziel erreichen. 2023 haben wir auch unsere Beziehungen verstärkt mit gleichgesinnten Partnern, inklusive unserer Freunde in der Europäischen Union und im indopazifischen Raum. Wir arbeiten auch enger zusammen mit unseren Partnern in der Industrie. 2023 haben wir uns auf einen Aktionsplan zur Stärkung der Rüstungsproduktion geeinigt, um auch die Interoperabilität der Systeme zu verbessern. Seitdem hat die NATO Verträge abgeschlossen, die zig Milliarden Dollar wert sind für Munition und Panzerbekämpfungsfähigkeit. Das ist wichtig für die Sicherheit und für die Ukraine. Die neue das neue Programm zur Beschleunigung der Innovation hat auch die Beschleunigung der Erprobe um neue Systeme in Testzentren vorangetrieben. Wir werden bald über 200 Standorte dafür haben auf beiden Seiten des Atlantiks. Die konzentrieren sich darauf, einige der wichtigsten Sicherheits- und Verteidigungsherausforderungen zu bewältigen, unseren technologischen Vorsprung zu schärfen durch Einsatz von KI- und Cyber-Technologien bis hin zu Hyperschall-Systemen und weiteren fortschrittlichen Systemen. Im nächsten Monat werden wir den 75. Jahrestag der Gründung der NATO feiern. Als unsere Staats- und Regierungschefs, wenn unsere Staats- und Regierungschefs im Juli in Washington treffen, werden wir diesen wichtigen Meilenstein feiern. Ich werde weiter unser Bündnis an die Zukunft anpassen und zukunftsfähig machen. Ich erwarte, dass wir weitere Schritte unternehmen werden, um die Ukraine zu unterstützen und unsere Ressourcen stärken, unsere Verteidigungsbereitschaft stärken und die Partnerschaften weltweit ausbauen. In einer unvorhersehbaren Welt ist die NATO wichtiger denn je. In unserem 75. Jahr werden wir weiter unsere Einigkeit, Solidarität und Entschlossenheit demonstrieren. Und nun bin ich bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Die erste Frage kommt vom Wall Street Journal. Vielen Dank. Zu den Verteidigungsausgaben der Wichtwieder, werden Sie die Zahlen für 2024 veröffentlichen? Sie sagen ja, dass zwei Drittel bereits mehr Zahlen und Sie haben nur die europäische Gesamtzahl genannt. Und was das Hochfahren der Industrieproduktion von Waffensystemen betrifft, das ist ein gemeinsames Ziel der NATO und der EU. Die EU wird nächste Woche einen Gipfel dazu veranstalten. Können Sie mehr sagen zur Kooperation, die es gibt? Es gab ja einige Reibungen und Reibereien zwischen NATO und EU in der Vergangenheit. Koordinieren Sie Ihre Arbeit jetzt besser und was sehen Sie als Beitrag der EU? Was ist die EU in der Lage zur Koordination und zur Förderung der Militärproduktion zu leisten? Zu den Zahlen. Wir legen ja jedes Jahr diese Zahlen vor und wir haben jetzt die Zahlen des vergangenen Jahres. Das ist ja der Jahresbericht für 2023. Sie können sich da die Zahlen im Detail anschauen für die Verteidigungsausgaben in zusammengefasster Form aber auch für jeden Verbündeten Einzelnen sowie die Darstellung der Entwicklung über die Zeit auch preisbereinigt. Wir haben jetzt nur vorläufige Schätzungen für 2024. Wir werden bessere Daten überprüfen, wenn wir den Bericht vor dem Gipfel im Juli veröffentlichen. Es ist noch nicht klar, wann wir den Bericht vorlegen, aber das wird im Sommer passieren, auf jeden Fall vor dem Juligipfel in Washington. Wir haben dann genauere Zahlen, zum Teil, weil wir dann alle Entscheidungen kennen werden oder mehr Entscheidungen kennen werden, die in den Ländern der Verbündeten getroffen wurden. Wir wissen, dass einige Verbündete jetzt neue Haushaltsentscheidungen treffen. Wir haben dann zuverlässigere Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt und wenn wir uns jetzt nicht nur die Verteidigungsausgaben anschauen, sondern die Verteidigungsausgaben als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts, dann sind beide Zahlen natürlich wichtig und wir haben dann im Sommer bessere, zuverlässigere Schätzungen für beides. Vorläufig gehen wir davon aus, dass zwei Drittel der Verbündeten das 2% erreichen werden 2024 und das zeigt deutlich, dass die europäischen Verbündeten gemeinsam bereits 2% des Bruttoinlandsproduktes ausgeben für Verteidigung, aber wir müssen nun abwarten, bis wir genaue Informationen über die einzelnen Länder vorliegen haben, damit wir eine präzisere Einschätzung abgeben können. Ich hoffe, dass die Zahlen weiter wachsen werden bis zum Gipfel in Washington. Heute hat Norwegen angekündigt, dass sie in diesem Jahr das 2% Ziel erreichen werden. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Verbündeten ihre Haushalte anpassen. Bis Juli werden wir also all diese Zahlen, diese Ankündigungen im Überblick präsentieren können. Zu den Verteidigungsinvestitionen. Die NATO hat die europäischen Verbündeten aufgerufen, die Investitionen in die Produktion von Rüstungsgütern zu stärken und das hat das seit Jahren so getan. Damit muss man also mehr ausgeben. Das ist die Hauptbotschaft der NATO an alle Verbündeten, insbesondere an die europäischen Verbündeten. Ihr müsst mehr ausgeben für Verteidigung und so langsam verstehen die Verbündeten das auch und haben begonnen, die Ausgaben zu steigern. Und jetzt werden also Aufträge erteilt, werden Bestellungen aufgegeben, um sicherzustellen, dass die Industrie investieren kann und in Fertigungskapazitäten investieren kann. Alles bewegt sich also in die richtige Richtung. Die Verbündeten folgen dem Ratschlag. Zweitens begrüße ich alle Bemühungen und wir stehen in engem Kontakt zur EU. Ich habe gerade mit der Präsidentin von der Leyen mich getroffen. Wir haben im Detail darüber diskutiert und wir arbeiten eng miteinander zusammen, stehen in engem Kontakt. Wir begrüßen also die Anstrengungen, aber es geht ja darum, die Fragmentierung, die Zersplitterung der europäischen Verteidigungsindustrie zu überwinden. In den USA gibt es viele Kampfpanzer und einen Typus. In Europa haben wir wenige Kampfpanzer, aber sehr viele verschiedene Typen. Und damit steigen die Kosten pro Panzer, die Ausbildung wird komplizierter, die Versorgung mit Ersatzteilen wird komplizierter, weil die Vertragungsindustrie zu stark zersplittert ist. Also alle Bemühungen der Europäischen Union, diese Zersplitterung zu überwinden, werden gut für die NATO sein. Und dazu ruft die NATO seit langem auf. Ich begrüße alle Bemühungen in diese Richtung. Wichtig ist dabei, dass die NATO die Organisation ist, die Ziele definieren muss für Fecke. Man kann nicht zwei Systeme haben, die zwei verschiedene Ziele formulieren für die gleichen Länder. Man kann nicht die EU und die NATO unterschiedliche Zielvorstellungen präsentieren für Deutschland, für Dänemark, für Polen, die dann vielleicht sogar widersprüchliche Ziele sind. Also wir brauchen klare Ziele für Kampfpanzer, Schiffe, Flugzeuge und das muss eine Institution machen und das ist die Kernverantwortung der NATO, die Verteidigungsplanung und die Definition der Ziele, damit die für den sind. Das definiert dann die Anforderungen und den Bedarf und das kann in Verträge dann gegossen werden. Zweitens, wir brauchen auch nur eine Institution, die Normen formuliert, NATO-Standards für die Interoperabilität für Kommunikation, für die Austauschfähigkeit von Munition und Systemen, das ist ein wesentlicher Punkt. Darum geht es ja bei der Definition von Standards, von Normen. Da kann man nicht zwei unterschiedliche Systeme haben. und die EU-Verbündeten repräsentieren 20% der Gesamtausgaben der NATO-Frie Verteidigung. Die NATO repräsentiert 100%, also muss die NATO die Standards formulieren, die Normen festsetzen. Und das sind Kernaufgaben der NATO. Und das kann nicht auf zwei Institutionen verteilt werden, weil sonst untergraben wir unsere Verteidigungsfähigkeit. Und die NATO hat auch eine wichtige Rolle zu spielen, wenn es um die gemeinsame Vorbereitung geht. Wir begrüßen verschiedene Formate und unterschiedliche Formate, aber die NATO-Behörde für Beschaffung hat wichtige und praktikable Verfahren für gemeinsame Beschaffung entwickelt, was auch der Industrie voraussagbare Grundlagen für ihre Investitionen bietet. Also das ist auch wichtig, dass die Beschaffung von Rüstungsgütern vereinheitlicht wird mit gemeinsamen Prozessen und die EU-Partner sollten sich darauf konzentrieren, was sie an Mehrwert beitragen können und sollten nicht bei der Definition von Zielen, von Normen oder von Beschaffungsverfahren mit der NATO konkurrieren. Wir brauchen wirklich eine gemeinsame Beschaffungsarchitektur. Eine Frage von der italienischen RAI. Was sind Ihre Erwartungen im Hinblick auf die Wahlen in Russland, insbesondere jetzt? Denn Präsident Putin hat ja gesagt, es gäbe die Möglichkeit, Truppen entlang der Grenze in Finnland zu stationieren. freie und faire Wahlen sind ein Kernelement jeder Demokratie und die Wahlen in Russland werden weder frei noch fair sein. Denn wir wissen ja bereits, dass Oppositionspolitiker im Gefängnis sind, einige wurden getötet und viele ins Exil vertrieben und Personen, die versucht haben, sich als Kandidaten zu registrieren, wurden daran gehindert. Wir wissen also schon vor den Wahlen, dass die weder frei noch fair sind. Denn für freie und faire Wahlen braucht man einen politischen Wettbewerb, verschiedene Listen, verschiedene Kandidaten, eine offene Diskussion und eine freie und unabhängige Presse. Es gibt keine freie und unabhängige Presse in Russland. Die unabhängigen Medien wurden unterdrückt oder aus dem Land vertrieben. Präsident Putin ist seit Jahrzehnten an der Markts und in Brüssel. Die Sicherheitslage hat sich verändert, aber das Verteidigungsbündnis ist stärker geworden. Ein gehörter Kernsatz von NATO-Generalsekretär Steutenberg soeben bei der Pressekonferenz in Brüssel zur Vorstellung des Jahresberichts 2023. Und der Sicherheitsexperte Frank Umbach hat diese Pressekonferenz gemeinsam mit uns verfolgt. Herr Umbach, wie würden Sie diesen Jahresbericht 2023 bewerten? Ist die NATO robust genug aufgestellt angesichts der aktuellen durchaus veränderten Sicherheitslage? Das Bild ist natürlich ambivalent. Das hat aber der Generalsriteria selbst zugegeben. Auf der einen Seite ist die NATO stärker denn je mit dem Beitritt von Schweden und Finnland. Auf der anderen Seite mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine da liegt nach wie vor vieles im Argen. Zwar gibt es Pläne, dass mehr Munition entsprechend geliefert werden soll. Das Problem aber ist, dass das erst im Laufe des Jahres, vor allem in der zweiten Hälfte, Ende des Jahres erfolgen wird, während die Ukraine jetzt aktuell eben diese dringenden Waffenlieferungen und die Munitionslieferungen entsprechend benötigt. Und dann steht das ewige Thema natürlich auf der Tagesordnung. ob oder wie die europäischen NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben nicht effizienter ausgeben können. Denn wenn man mehrere Kampfpanzer, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe entwickelt und dann beschafft, dann macht das natürlich jedes dieser Waffensysteme viel, viel teurer, als wenn man sich eben auf einen Kampfpanzer, auf ein Kampfflugzeug und einen Fregattentyp beispielsweise konzentrieren würde. Das heißt, diese Zersplitterung der europäischen Rüstungsindustrie, die Zersplitterung der Rüstungsbeschaffung ist ein großes Problem und gleichzeitig nimmt aber eben der Kostendruck eben auch mit jedem neuen Waffensystem zu. Das heißt, Forschung und Entwicklung verschlingen schon unglaubliche Mengen an Geld. Deswegen ist der Druck da auch auf die Rüstungsindustrie groß. Aber bisher gibt es eben immer wieder diese nationalen Eigenwege, insbesondere mit Blick auch auf Frankreich und die müssen entsprechend überwunden werden. Da muss es mehr Koordination und politischen Willen entsprechend geben, diese Verteidigungsmittel sehr viel effizienter entsprechend künftig einzusetzen. Einordnungen nach der Vorstellung des Jahresberichts 2023 der NATO von Frank Umbach, ein Sicherheitsexperte der Universität Bonn mit den Einschätzungen.